Hier haben wir Familienaußenkabine, die 8003. Die sind sehr schön, schön groß. Die ist ganz vorne. Das ist echt genial. Ganz super schön vorne raus schauen. Und für die Kinder hat man ein Stockbett. Und ein großes Bett. Hier sehen wir noch die Dusche. Die ist aber wie bei den anderen genauso. Das ist genau das gleiche. Wie bei den anderen auch.